Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Runde war. Manchmal ist er besser als deine Leistung in der Runde. Also... Guten Morgen, Beck. Jetzt ist es schon lange her, dass du hier gespielt hast. Bitte mach mal dein Headset leiser. Dann nicht, Digga. Digga, ich habe nie einen Technikplayer, Digga. Sein Headset ist so laut, das kann ich mir nicht antun. Ich habe Kopfschmerzen, Alter. Mach mal dein Mikro... Ja, ich auch. Doch, ich stumm dir jetzt. Ich habe ihn da raufschmissen, Digga. Also, oder? Alle, Digga, herzlich normal und er, Digga. So auf den, Digga, was ist das? In der ganze Zeit, Alter, mit dem Kopf, Junge. Stellt mal Leute stumm. Du musst einfach da raufklicken und dann auf Chat-Audio stumm scheinen. Du musst einfach raufklicken und raufklicken. Oh. Sag Sascha wenn das besser besser. Stream. Welchen Dreck? auch schon da als ich aufgestanden bin ja geil was ich war das nicht aber gleich beim nächsten scheiben sagst du habt ihr dann auch ein schlüssel it's a youtube der hat schon mal nach unten glaube ich das war mal da sascha ja wie geht's ganz voll und hier auch ganz toll das ist ein ganz toll wir machen was aha ja ich glaube ich habe mich noch mal und die pappen ich habe mich halt ja ja aber ich bin ein bad ne hat mich einfach nicht gehackt der 40 leben hätte farre geschoben weiter ja leider nicht wie so das ist so und wenn ich mich nicht mehr die fußballer bin um mein kontroller hast du nur er oder so naja du hast keine waffe das natürlich sehr ja was ist was soll ich machen nee wir fahren selber ich hab so pech wieso ist meine streppe gedreht ich schwöre das hat nichts mit irgendetwas zu tun das ist einfach nur pech ich habe Was sind Gegner? Ich hab was du bist das hier! Nein, das fliegt, Digga! Hast du was gesehen, Digga? Ich war echt... Ja, aufweil da kommt ein Gegner raus. Er ist, er ist, er ist 110, Digga! Jawoll, Digga! Digga, ich wurde direkt gemischt. Resma, hallo, hallo, hallo! Ich hoffe, du wirst gesnipet, weil du nicht brauchst. Ich schwör, ich hasse dich, ne? Gib doch mal die Minis, Digga! Ey, wenn du ein Dreh... Du bist so ein Ehrenloser! Haut rein, Jungs, ne? Ich bin gequittert, jetzt hab ich keinen Bock drauf. Tja, 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 Digga! Ein Bock, Digga! Haut rein! Tja, 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 tja Was geht ab? Hallo, hallo? Hallo? Ja, was geht ab? Es ist eine Runde? Oh, so ist es dein Weg? Ja, ich muss gar nicht Ja, ich muss gar nicht Ja, ja, ja Oh, gut, dann an deinen direkt Na, kurz ein, wenn du das noch den ersten geht Ja, alles gut, ne? mann auch ready? ok, myrex.de, alter let's go nämlich cookies ok oder Sascha wie du willst, aber bitte nicht so wie ich hier heiße ja ok ich weiß was mit mir los, wo ich einen Account gemacht habe aber ich weiß nicht ich glaube da hat meine Behinderung eingesetzt ich schätze ok, bei Ginsel ähm, hast du einen oder so? ah, egal, was bei dir? wie alt bist du? 15? ja 3 bis 17 was? von heute, ich habe mich schon über eine Woche gefreut äh, das Geld heute kommt, na? wegen, ich habe mir eine Maustastatur kaufen, na so auf den ah, brr, einfach meine Geld kommt nicht, morgen erst machen wir zwei nach oben und dann lighten ja ach, ich bin los, Digga ja, moin, recht gecheckt, Digga ja oh, ciao leute, Kontrollers aus, Digga ich fahr runter nein, das, Digga, ich schwöre ja, Digga, guck mal, ich dreh mich so, siehst du das? und er baut auch das Ding ist, dass ich schon mal ein Kontrollers, äh, Bruder der Kontrollers, das irgendwie voll rum beim Schrumm spassen äh, und dann ich kann halt nichts machen und dann muss ich kurz 3-4 Sekunden warten manchmal und dann geht der aus, dann muss ich wieder neu anschließen ich verstehe es nicht, Digga also geht aus, aber er läuft trotzdem weiter also er macht die Tätigkeit weiter, die ich da vorgemacht habe das könnte jetzt könnte sagen ich weiß auch, ich weiß nicht wieso weil mir heute eigentlich Maustastatur gunnen, Digga ah, Geld ist nicht da jetzt das passiert auch nicht so oft, Digga eigentlich ein Lucky, Digga oh nein, das ist ja erst einmal passiert wo fängst du dann an mit Maustastur, oder? ja, ich ich hab eigentlich auch in der Schule fast noch gar nie benutzt so, ne also ganz, ganz selten mal für irgendwelche Arbeiten, also aber echt nicht auch, Digga also ich bin wahrscheinlich der größte Plep sein, Digga schlechter als Trimax ja, Moin, Digga, tschau, Digga ist runtergefallen ja, aber ich komm wieder hoch ja, was ist denn die Namen, Alter? ey, Moin, ich fall auch runter, aber ein Zubi hab ich mich noch gerettet, Digga oh, ich bin los, Digga lass mich in Ruhe, bitte oh, ich bin los, Digga oh, das ist dein Top, Digga yes oh, das ist dein Top oh, ich bin los das war die gesellschaften vorgesetzen und auch alles kurz in irgendwelchen randoms der weist du ich bin da und gerästiger nicht ein mini und medikett er hat nicht ein medikett mini in zwei minis er hat kein schild aber als leben weist du er nimmt einfach weiter guck ihn an der gamine aber mein dazum zu melden alter er red nicht um hatte gar nicht Nöööö, let's get it boy! Ey, ich wollte den Trick von Tifio machen, weil er vor dem Video gemacht hat. Absurd ge-show. Ich bin sogar zu- Hohohoho. Oh mein Gott, Digga, wie... Lay! Also ich bin aber auch gerade echt fett, ne? Sag auch. Ich sag ja nichts, dass ich bin echt los gerade. Leute, ich mich selbst... Ach ne, ist noch dein, Digga. Meine Rennen nicht, Digga. Ach, Digga. Wieso rennt er denn nicht? Jetzt bin ich runter. Ich werde gerade leicht aggressiv, Digga. Woh, das ist ein Heftiger, Schottiger. WHAAAT? WOH! 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 Oh, smart move Vielleicht hast du es noch voll, oder? Wow, digga, das war nice, digga, wenn du da probierst Loll, Ghost Perfekt Max high, oder? Äh, ne, noch nicht Loll, hä? Wann habe ich denn die Wand wieder zugemacht für ein Schloss? Wann scheiße, wie das hier? Wann ist das hier? Wann ist das hier? Ich hab die Wand wieder zugemacht Den Moment Ich hab die Wand wieder zugemacht ich hab mich lucky dass ich gerade aufgemacht hab, gg ich glaub weh äh, 68 ach was voll reinzweiten, sehr gern was hab ich überhaupt gemacht, alter, am Boden warte, ich darf mich einfach mal ja, so welches Spielst du? 23 ich auch wie gewinnst hast du? 200 ich hab ungefähr 370 insgesamt so was 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 kaputt was 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 1 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 3 2 3 4 5 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 9 5 darf ich sterben das war die erste Röder die Klapp-Zuhrsattel und wird sich in der Verein Harten verabredet das ist lächerlich Bist du gar trotzdem? Ja, wirklich? Komm! Ja? Fick mich! Komm, puss mich! Nein, ich will runter! Ja, aber ich hab keinen Bock zu sterben, Alter! Oh mein Gott, der gar einer fehlt! Nein! Ja! Ja! Ja, Mann! GG! Und das was kommt bei deiner? Ist knapp, btw. Ja, ja. Oh, wie viel kennst du so? Ich hab schon einer, Alter! Tja! Was killts? Ja! Wie ist das vier? Nein, ich fahrs, alles gut! Ich hab ihn zu. ja 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 ich will aber ich habe auch mit der Treppe gedreht weiß ich gar nicht aber ich weiß nicht was so hat er um ich habe gesagt dass du dein geflagten habe ich aber gesagt nicht zum beispiel die sachen oder macht es nicht so und ich will schießen denke ich habe die waffen an der bauplan lander und er ich gehe vom team in die weg der ab dem bauplan lander letzt mit dem bauplan editiert achso sag ich noch sorry Der wie kann das erst du mit 20er machst du nicht den 10er obwohl ich auf 5 und diga sprichst hat runter zu sein ist online ich mache die viele Leute, wieso machst du mir so viel mehr? Ich hab die neuen Agenda gemacht, du machst mir einen 33er oder so, hä? auf die selbe range, sicher Ja, Mann, du tiffst du. Are du tiffst du, Bro? Ja, ja, ich bin. Ich bin nicht. Oh mein Gott, das war. Ich bin nicht. Oh, ich war ja. Der Gegend, ich muss uns wird, Oder ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Jahangut. Ich mache schon gerade, fast perfekt, nein, ich bin, trotz drei Stadtwerke. Aber der zweite besorgen. noch schneller als normal wie meinst ich war immer die von ich bin so bitte mach du das ich bin einfach zu schlecht ich will dich achsen mach nicht so ernst zu schweinen ich weiß, dass du 30 Leben hast, Digga hä, nein nein, nein, keine 30 Leben nö, nö, ich nö kommst du mit da drauf du fährst sowieso Karma kassieren, ich weiß, das heißt ja los, mich geht jetzt nein da gab es den Boden, hätte ich den Boden nicht bauen müssen, hätte ich gleich Schatz connecten können ja, man, ich will aber, ich hab' gut, die Gag-Gatz-Kassiert noch Karma, Alter wie glaub ich hattest du? 48 äh, ich hab' richtbarer Neuer geschoben, auf einmal der Gag-Gäste, ähm moin ich will sie boosten, ne, dankeschön äh, moin, Digga boah, dead aim, boah ähm ähm ja die Reign wenigstens Headshot connected, Digga ich weiß nicht, was das für ein Blumen war, beim ähm ähm äh äh hoch doch es noch andere Spiele aus der Fortnacht? weil, Digga, es gab es mal wieder COD, aber nicht mehr so viel früher ja ja nein, verbaut wird mir jetzt entgegenkosten ahaha nixer ich hab' gejokt aua ja rein 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 in die Ecke rein in die Ecke Digga Fick dich haha ich hab' sie genau da platziert, denn ich hab' sie genau da platziert, denn ich hab' sie genau dort runterfliegt haha lächerisch wie viel Abwehr hast du gehabt? ein was? ein zwei ne lever ja moin ett δ du hast 1 oder 4 weder, ne? ne, du hast richtig was? Digga, wie hast du dich? Digga wo telescopiin bruder was hast du für ein blum Junge ich hau dich ich hau dich was tja flex of flex und flex of flex of abonnieren wie flex und flex of flex of abonnieren hey wie soll ich runter bin ich schumpen Digger easy clap bei dem Weg also oder wo er los wo hat er hat der Dinger der Zutaten der auch gerne Zeit für und unter mit dem verletzten ja eigentlich kann ich doch ich bleibe absolut los Digga weil eigentlich hätte ich nicht ich hab so ein Fehler gemacht ja ich weiß aber ich bleibe los sag ich doch Digga 5 Runden gespielt hat Digga das war so ein kranker Shot du weißt gar nicht Digga Danach fall ich runter nach so nem heftigen Shot Digga mit edit in allem Digga Ne das ist nicht fair 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 ich bin so auf die Pingas zu das ist nicht fair ja ich hab nen Boah Digga hast du nicht schlechter an Pingasichtiger ich hab dich halt die Wand Digga du hast die kaputten Köstlein trotzdem sitzt du Digga das dann klick mich was schneller mit Placen kann wie denn du musst Flex auf abonnieren ja du kriegst auch 20% höhere Winwahrscheinlichkeit Dein Aim wird besser und vielleicht kriegst du sogar Flügel wenn du Flex auf abonnierst also Flügel? mhm wenn du sie nicht bekommst dann ich hab die Flügel ohja ja ich war so ein schlechter Edit ich hab dir fast auch ein Klepp gegeben 52 mein Digga ich mir so한 los wird er fehl ich hab ihn ich ziehe so wie bei den Stick der keine ahnung alter für die finger ich den stick der so ganz schnell ja so hin und der wir haben ja so weiter weiter los als faktor nein danke für heilkampf war Oh mein Gott, Digga, wieso triffst du das? Und ich nicht. Ich bin so bad gerade. Das gibt's gar nicht, ne? Gut, da bist du nicht. Ja gut, ne? Da hast du. Ah, die sind beide TPUs. Scheiße. Seid gut, wenn wir TPUs sind. Ich bin lost, lost 2. Nein, nein, die warst. Ich hab die Treppe oben nicht bekommen. Habt ihr gesehen? Wie ich dachte. Gohack. 10 AP, by the way. Hätte ich jetzt in meinen Loser-Times, würde ich den jetzt machen. Weißt du, was ich mache? Oh, oh ja, ich gönn dir, Digga. Uh, 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 uh. Ich daneben. Ich wollte natürlich auch daneben schießen. Na, hallo? Äh. Das ist der zweite Konto, ne? Ja, Mann, der Ander ist gebannt. Ich bin eigentlich nur, wenn der gebannt ist. Ich bin aber auch so dumm, weißt du, ich hab so Stress mit nem Typ, Digga. Äh, so, ich Digga beleidigt mich, Party. Ich weiß mich raus der Party, Digga. Ich schicke ihn ne Sprachnachricht, Digga. Wie ich seine Mutter beleidige und alle seine... Seine ganz Familie haus bestemmen soll, Digga, so. Ja. Mein Wohnhaus hab ich jetzt den Band, Digga. Das ist echt unnötig. Ja. Ein Moin, die normalen hat ich wieder, Digga. Ja, Moin, die kann ich nicht mehr, Digga. Übertreibt man deine Lager. fünf stubben Wie weit muss ich raus anschießen. Nee, das ist doch so, ne, mich, so Digga. Juhu, reinwer. Huuu, reinwer. Oh, da schaut, Digga. ja ich denke ganz zeit du bist unter mir warum ich bin ich denke ich bin der beste ich bin ja der welt digger nein es gibt es mit dem shot Lass mich! Lass du mich? Geh weg! Lass das! Lass das! Ich fühl dich auch unterkommen, aber 27 AP ist nicht so geil! Komm einfach runter, komm du! Oh mein Gott! Mal wieder! Reif! Wunder immer! Ich war vor allem die erste Runde, wo ich gespielt habe, nigger. Ich werde verliebt angeschossen, so ich bin im Haus, ne? Und ich schwöre, ich gebe mir so eine Free-Six-Tieger erst zwischen so einem, äh, dieser Holzgitter war jetzt kaputt nach außen, weißt du, was ich meine? Wo, äh, da ist ja so dieser, so ein paar Holzstreben und du hast keine Wanden, das sind so ein bisschen so abgesperrt, weißt du, was ich meine? Man schießt da durch und ich gebe mir so eine Free-Six-Tie-Double-Headshot-Akimbus durch diese Lücke, nigger. Die alle, die heißt, drei, nigger, nigger, schreit so der Party, what? Wir haben so gesagt, ja, nur Pros, nur gute, nigger, sterben am Anfang und ich carry dir noch ein Win mit Zinkels. Ja, moin. Ehre. Das ist mir rausgegangen, nigger. Ja, das ist mir sowieso die geilsten, nigger. Ja, nigger, Minecraft-Kiddy, nigger, 1200 Rins plus, äh, Firakrad, nigger, 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 nigger. Ja, moin. Ding, wie Kanon, halt, da so, nigger. PvP-Kid 2000, oder so, irgendwie auf D-Modus, nigger. Huch, migger. Ja, wir haben damit leider nicht. Ich kann sie auch nicht, wenn wir so die Momtüm machen, ich mach eh lieber irgendein steer ceset. Ich hab glaub ich ne 22,22,22 oder zweieins okay, ne? Verdreckte Ich cách, dicker, zentrainin. Ab dem hör' ich richtig, dicker, künstlerer und dernica. Ab dem nochmal Grund, an der Zucker, ich steh ett so strachvoll eyś module, am Anfang so reformt, also, richtig werde, waren Zeit lang, bis diesen, 4,5 so, und ging's halt nicht bushet. Ja, mir interessiert, nur Season Steps natürlich nicht. R-M Chamлов. Lifetime, Lifetime ist Schwachsinn. Weil, jeder war damals einfach nicht gut, also, es kann mir keiner was erzählen. Das hab mir jemand, also, vielleicht ein, zwei Leute waren damals schon krass, aber... also ich habe damals er hat anders reingezogen er hätte auch immer auch noch so auf den der so ohne trainier so spiel ich denn so ganz dumm alter nicht mehr auch der der noches geschildert in Gefick zu der er so wie leckte abgeschöpft 400 abgeholt mich einfach und hätten obwohl ich war bei mir steht er so wahrscheinlich im besten Raum der ich gehe ins haus rein die ja sie ist oben ich bin unten kriegen 2 und der pump was denke rekord das ist ja mann ich habe mir auch der geacht es kommt halt mein team jetzt war tot 17 als letztes gott habe einen genockt digga weißt du dann mach schnell auf den will schießen meine waffe schießt nicht das war ein zweiter gewesen ich kann es jetzt mal nach dem moment weil meine waffe haben sich das wird strick er zweitiger das hat von meinem bruder der kontrolle und die tasten die connect nicht man muss richtig durchdrücken nicht so ein bisschen antippen sondern so durchdrücken das habe ich halt nicht gemacht in dem moment absoluter kassiert das war meine erste trend die dann gewesen ich habe so viele fans schon bestimmt 20 30 stück aber noch nie eine geschafft ich habe eine graue tech graue smg aber du bist ja gar nicht bei mir ich will nicht sagen ich habe den typen jetzt fünf mal mit der kontakt ich kann nicht so viel pech haben das stück ist was soll ich mit dem untertegen der machen ja ich schwöre ich habe den typen fünf mal getroffen bis er verrechnest digga und fand alles irgendwie 20 jetzt außer der erste fand 10 oder so digga es macht keins digga oh ne digga ich geh jetzt rein mach mal keine faxen jetzt digga was soll ich auch bis zu fetzen digga die versorgen na boah das war eine runde ja eine kann wir auch machen chill mal ein bisschen ne heute ist ja gewesen aber das kannst du nicht machen egal ich will es bis zu fetzen wir können später noch mal spielen please aber ich hab's ja er ist in ha graue technik als die aggression da auch rein ne tschot tschot la tschot rauf rauf das das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.